1.10.2019, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Bitcoin ist immer noch im Bereich 8000 bis 8500. Wir haben noch keine starke Reaktion der Bullen gesehen, die sind noch ziemlich verschlafen. Und die Frage, die sich jetzt alle stellen, ist, ob wir denn von hier überhaupt eine starke Reaktion wären, ob wir denn eventuell sogar wieder in den Preislevels Richtung 10.000 zurückgehen können oder ob wir sogar das Fractal aus dem Jahr 2017 sehen. Das wir gesehen haben, nachdem wir aus dem Dreieck ausgebrochen sind und wo wir von dort dann zu neuen All-Time-Highs marschiert werden. In diesem Video beziehe ich mich vor allem auf einen sehr hilfreichen und für mich sehr, sehr wichtigen Sentimentsindikator, den eigentlich die wenigsten Leute am Schirm haben, sei es, ob sie ihn jetzt nicht kennen oder einfach nicht für relevant halten. Ich halte ihn für sehr relevant, um lokale Tops und lokale Bottoms zu sehen, zu spotten. Und dementsprechend werde ich ihn euch heute näher erklären. Ich werde das Video wieder prägnant und kompakt halten und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Und wie schon im letzten Video erklärt, bin ich momentan zeitlich ein wenig eingeschränkt. Deswegen halte ich die Videos im relativ kurzen Bereich, also unter 10 Minuten. Ich versuche danach wieder längere Videos zu machen, also die Tutorial-Videos, die ihr bisher gewohnt wart. Ich denke, das ist jetzt ein guter Kompromiss, dass ich so ein bis zwei kürzere Videos die Woche immer schalte und immer so kurzfristig kurze Happen aus meinem persönlichen Toolkit sozusagen euch in einem Video präsentiere, damit ihr das selber anwenden könnt, damit ihr selber schauen könnt, nachschauen könnt, okay, wie hat sich das Ganze auf dem Chart angewendet? Wie könnt ihr das Ganze für euch selber weiterentwickeln oder in eurem eigenen Handeln anwenden oder einfach in eurer eigenen Marktaussicht? Es geht ja nicht nur immer ums Handeln. Und dementsprechend wollte ich das hier kurz ankündigen. Ich habe mittelfristig auch den Plan, dass ich einen Blog eröffnen werde, einfach aus dem Grund, weil ich eigentlich wahnsinnig gern schreibe und weil ich nicht wirklich immer ein Video machen will, wenn ich irgendwelche Konzepte euch näher bringen will oder irgendwelche Trading-Ideen vorstellen will oder irgendwelche Indikatoren, Marktanalysen, ihr wisst schon was. Ich will dazu einen Blog benutzen, das Ganze ist schon in Arbeit. Das heißt, ich habe jemanden, der mir die Webseite macht, aber ich muss das Ganze noch mal kurz zurück gegenchecken, damit wir uns auch das ausmachen, wie das Ganze dann effektiv umgesetzt wird. Ich werde jetzt konkret noch bekannt geben, wenn das Ganze live gehen wird, aber ihr könnt euch schon mal auf einen Blog freuen, denn da kann ich dann wirklich die Sache ein wenig besser, in schriftlicher Form erklären, als jetzt nur in einem Video. Ich würde sagen, wir haben jetzt aber für den Anfang genug geredet. Wenn ihr mehr von mir hören wollt oder generell mehr von unseren Leuten hören wollt, mit unseren Leuten in der Gruppe diskutieren wollt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und um mal kurz die Lage abzudaten, wo sind wir, was ist passiert? Im Prinzip ist noch nicht wirklich viel passiert. Der erste Boden ist mittlerweile eingetroffen und wie ihr vielleicht bei mir auf Twitter gesehen habt oder auch in der Telegram-Gruppe, ist es wieder ziemlich typischerweise verlaufen. Es ist nämlich immer so eine Sache, nach dem ersten Touch bereits den Boden sozusagen versuchen zu treffen, das Fall an einem Messer aufzufangen. Das funktioniert relativ selten und hier seht ihr wieder ein klassisches Beispiel dafür. Wir haben hier den ersten Boden geformt, das heißt, wir haben hier die ersten Käufer in den Markt kommen. Was macht der Markt? Er verkauft mit dieser Kerze noch einmal ab, um genau diese ersten Käufer, die eben bereits hier vorallegenden Markt kommen, aus dem Markt zu nehmen. Wir haben auch noch hier mal einen Swing Low, das direkt mit dieser Kerze zum Markt genommen wird und dann erst treibt der Markt oder die Market Maker oder wie auch immer ihr das nennen wollt, den Markt nach oben. Das Verhalten ist wirklich sehr, sehr aufbeobachtbar und wirklich auf alle verschiedenen Asset-Klassen anwendbar, sei es jetzt Forex oder Edelmetalle oder Aktien. Es ist relativ selten, dass der erste Boden wirklich so zum Bounce führt, auch wenn man es sich am Daily Chart ansieht. Am Daily Chart ist nämlich alles noch in dieser Support-Zone. Das heißt, wer nach dem Daily Chart trainen würde, hätte kein Problem, denn er hätte in diesem Bereich gekauft, diesen Demand-Bereich. Demand-Bereich, Supply-Bereich habe ich in einem eigenen Video erklärt. Im Prinzip einfach ein Nachfrage-Level, ein Support-Level. Laut dem Daily Chart gäbe es hier kein Problem, da der Stop mindestens unter diesem Low hier liegen würde. Das heißt, hier wäre man safe. Aber die meisten train eher Intraday, das heißt, sie schauen auf die 1-4 Stunden Charts. Und wenn ihr natürlich hier kauft, dann habt ihr euren Stop hier schon längst getriggert. Ja, das ist ganz klar. Wenn ihr hier eure Long-Position eröffnet, sind das schon 6% Drawdown. Und so wie ich meine Zuschauer kenne oder wie ich die meisten Crypto-Trader kenne, train die meisten Margin, das heißt mit Hebel, die leihen sich Kapital aus. Und dementsprechend werden die Stops da ziemlich eng gesetzt, um einfach größere Drawdowns zu vermeiden. Und ein 6% Drawdown mit einer Margin-Position wird im Regelfall nie eingeleitet. Das heißt, bei solchen ersten Bouncers müsst ihr immer sehr, sehr aufpassen und wirklich sehr, sehr bedacht sein, dass es wahrscheinlich nochmal eine Ebene Tiefe geht. Sobald die ersten Stops aus dem Markt genommen sind, sage ich immer, also sobald ihr wirklich eine relativ, fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, eine relativ verdächtige Price-Action seht, dann solltet ihr euch überlegen, eventuell eine Position aufzumachen. Hier wäre zum Beispiel dieser Fall gewesen, wo ihr eigentlich sofort oder wo eigentlich sofort die Alarmglocken schrillen sollt. Wir haben einmal hier dieses schöne Swing-Low. Der Markt kommt hier einmal darunter, wirklich sehr, sehr marginal, aber danach sofort diese Kerze. Diese Kerze sollte ein Signal sein, eventuell eine Long-Position einzugehen. Und wenn ihr dann hier Long in den Markt geht, dann habt ihr ein viel besseres Invalidationslevel, also wenn ihr oben Long in den Markt geht, weil hier habt ihr dann zum Beispiel einen 2,74er-Stopp, verglichen mit hier ist das natürlich um einiges ungünstiger, weil wo wollt ihr hier den Stop hinsetzen? Okay, unter diesem Swing-Low, was passiert? Der Markt zieht darunter. Hier ist schon das erste Swing-Low geradet worden, das zweite hier. Und ihr seht einfach, dass sich die Chancen um einiges erhöhen, wenn der erste Bounce nochmal abverkauft wird. Dazu gibt es unzählige Beispiele und ich würde einfach an euch selber appellieren, zurück zu scrollen an die ehemaligen Swing-Lows, also an die Stellen im Chart, die zu einer Trendumkehr geführt haben. Geht am besten auf den 4-Stunden-Chart, zum Beispiel hier. Hier wäre ein Platz, hier wäre ein Platz. Schaut euch die niedrigen Timeframes an, ob ihr da irgendwelche Aufmerksamkeiten findet. Und im nächsten Video gehe ich genauer darauf ein und wir vergleichen das gegenseitig. Sprechen wir jetzt über den eigentlich angekündigten Indikator, den ich, wie gesagt, bereits im Intro angesprochen habe. Es geht konkret um den BitMEX Funding Indikator. Der heißt auf TradingView BitMEX Funding and Premium Index, Klammer auf, E-Klammer auf, Neopotane, falls ihr den suchen wollt. Was ist das Funding? Was ist das BitMEX Funding? Um jetzt alle wieder an einem gewissen Punkt abzuholen, erkläre ich das Ganze kurz vielleicht für die Leute, die keine Derivattrader sind, die keine Fusil-Kontrakte handeln oder die eben keine Kontrakte auf BitMEX handeln. Die Funding Rate ist sehr, sehr relevant für den Markt und diktiert den Markt in einer gewissen Weise auch mit. Die Funding Rate sagt nämlich aus, wie teuer es ist, einen Swap-Kontrakt auf BitMEX zu halten. Das heißt, wie viel die Shorts an die Longs zahlen oder die Longs an die Shorts. Und hier kommt auch schon das entscheidende Stichwort. Eine Seite der Trader muss die andere Seite der Trader, je nach derzeitiger Positionierung der Trader, bezahlen. Das Ganze klingt vielleicht für viele von euch jetzt ein wenig abstrakt, aber es ist wie immer überhaupt nicht schwierig. BitMEX verdient an dieser Rate keinen Cent. Das wird oft gesagt oder ich habe es öfter schon gelesen, dass BitMEX irgendwie als Abzucker bezeichnet wird wegen der hohen Funding Rate. Die Funding Rate hat nichts mit den Einnahmen von BitMEX zu tun. Wenn ihr eine Funding Rate von, sagen wir mal, 0,1% bezahlt auf eure 10.000 Dollar Position, dann ist dieser Betrag, den ihr bezahlt, geht direkt zu einem anderen Trader über, der Short ist. Das heißt, wenn die Funding Rate positiv ist, dann sind wir meistens in einem überhitzten Bereich, kann auch eine Konsolidationsphase sein, aber zum Beispiel hier oben war so ein Bereich, das sehen wir gleich, in einem Bereich, wo die Funding Rate überkocht, ist meistens die Gefahr gegeben, dass ein sogenannter Blow-off-Top vonstatten geht. Das Ganze habe ich auch damals hier konkret auf Twitter mehrere Tage kommentiert, dass das Ganze sehr verdächtig aussieht nach einem Blow-off-Top. Da es eben extrem teuer wird, Positionen zu halten. Das Ganze kann wirklich auf abstrus hohe Levels gehen, zum Beispiel 0,3% und ihr müsst euch einfach ausrechnen, wie viel die größeren Trader da an reinem absoluten Dollarwert bezahlen. Das Ganze wird nämlich alle 8 Stunden kassiert, das heißt, alle 8 Stunden ist diese Schnittstelle, wo dann die Funding Rate einkassiert wird. Und wenn jetzt zum Beispiel die Funding Rate abstrus hoch geht, zum Beispiel 0,3%, dann könnt ihr euch ausrechnen, 100.000 Kontrakte, 1% sind 1.000 Dollar an Fees, 0,3% sind 300 Dollar an Fees. Dieser Trader bezahlt dann theoretisch alle 8 Stunden 300 Dollar, um seine Position zu halten. Und jetzt werden vielleicht ein paar argumentieren, ja okay, 0,3%, das ist zwar viel, aber für einen Trader, der 100.000 Dollar Kapital hat zum Tränen, ist das Ganze ja relativ gesehen noch stemmbar. Da könnt ihr vielleicht recht behalten, auch wenn es trotzdem sehr, sehr hoch ist, auch für einen 100.000 Dollar Trader. Aber ihr müsst bedenken, dass die meisten Leute auf Bitmax überhebelt sind. Das heißt, jemand, der 100.000 Dollar tradet, hat mit Sicherheit oder im relativ geringsten Fall 100.000 Dollar an Equity. Das heißt, derjenige tradet eventuell mit einem 10.000 Dollar Account, hat einen 10er Hebel und tradet dann zum Beispiel 100.000 Dollar Kontakte. Und für den, ja, für den sind diese 300 Dollar Fundinggebühren ein enormer Schaden, ja, weil die fressen seinen Account. Wenn der 300 Dollar an Funding bezahlt, dann sind das zwar 0,3% auf die gehebelte Position, aber effektiv natürlich 3% auf seinen ganzen Account. Und das ist extrem viel, ja. Wenn ihr da alle 8 Stunden 2-3% von eurem Account aufgefressen kriegt, dann zeigt das schon, wie wichtig diese Funding Rate für die Perpetual Swaps ist. Und wie ich das Ganze jetzt mit dem Indikator einbeziehe, ist wie folgt. Wir gehen hier zurück, ganz einfach aus dem Grund, das war der Top im August. Und ich habe da des Öfteren die Funding Rate kommentiert, da es für mich da schon sehr relevant war. Wir sehen das Ganze hier, wir haben hier die Phase gehabt, wo wir extrem hohe Funding Raten sehen. Und hier war dann wirklich das Maß erreicht, das Maß aller Dinge. 1, 2, 3, 4 Raten hintereinander waren im Bereich 0,2. Und das ist dann wirklich schon so ein Bereich, der für einen Blow-Off-Top spricht. Da es einfach meistens ein Signal ist von den Tradern, dass sie hier ihre Longs abstoßen. Und vor allem ist es ein Signal für Leute, auf der anderen Seite große Shorts zu öffnen, um dieses Funding zu kassieren. Denn auf der anderen Seite gibt es ja die Leute, die nicht diese 0,2% zahlen müssen, sondern diese 0,2% kassieren. Das heißt, wenn ihr 100.000 Dollar Short im Markt seid, bekommt ihr alle 8 Stunden 200 Dollar von BitMEX auf euer Konto überwiesen. Das heißt, sobald ihr hier große Ausschläge seht, ist es in Verbindung mit dem derzeitigen Trend und auch in Verbindung mit Support und Resistance Level oftmals ein Zeichen dafür, dass der Markt ein lokales Top oder einen lokalen Bottom, also einen lokalen Boden formt. Das gleiche haben wir hier auf der Umkehrseite gesehen. Wir haben hier den Fall, dass wir hier in ein abstrus negatives Funding gehen. Das Ganze ging auf 0, minus 0,2% runter. Der Markt findet hier den Boden und geht wirklich sehr, sehr gewaltsam nach oben. Wir kommen hier wieder runter, haben hier wieder eine Periode von Abverkauf, konsolidieren hier und wir konsolidieren wieder mit negativen Funding. Das negative Funding ausschlaggebend, dass wir dann hier akkumulieren und dann wieder den Run nach oben sehen. Gleiches gilt hier und hier sieht man es, glaube ich, am besten. Als wir diesen riesen Blow-off-top geformt haben, seht ihr, inwiefern das korreliert genau mit diesem Ausschlag. Also da hatten wir ein extrem hohes Funding an diesem Tag oder zu diesem Zeitpunkt. Das Funding war extrem hoch. Was hat der Markt gemacht? Blow-off-top. Ja, das Ganze sieht man auch hier. Wir nehmen hier ein extrem hohes Funding. Was macht der Markt? Er regiert erstmal mit einem Blow-off-top. Und auch hier, hier ist genau das Gegenteil gewesen. Hier hatten wir ein extrem beringes Funding und der Markt ging von dort wieder nach oben. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist in dieser Phase gewesen und diese Phase war wirklich extrem außergewöhnlich. Diese Phase war extrem außergewöhnlich, weil wir hier einen starken Preisanstieg hatten, während das Funding komplett negativ blieb. Das heißt, sehr, sehr viele Leute waren in diesem Bereich, in diesem 6.000-Dollar-Bereich, nicht davon überzeugt, dass dieser Rallye nachhaltig ist. Das Ganze wurde ausgeglichen durch diese Funding-Rate und es war eigentlich abstrus. Die Leute, die hier long im Markt waren und die extrem profitiert haben von diesem Preisanstieg, haben gleichzeitig die ganze Zeit Funding kassiert. Also da gibt es wirklich Screenshots von Leuten auf Twitter, das Ganze kann man nicht richtig ausdrücken, die wirklich Summen von 10 bis 20 Bitcoins an Funding verdient haben. Natürlich sind das Trailer, die Millionenbeträge trainen, aber dennoch, es ist auch, wenn man sich so überlegt, irgendwie einfach 100.000 Dollar oder so, nur passiv kassieren in ein paar Wochen, dann seht ihr einfach mal, was für Ausmaße dieses Funding hat. Und auch jetzt hier das Stichwort, wir hatten hier einmal gesehen, wie das Funding nach unten gepiekt ist und für mich jetzt hier abzuwarten und abzusehen, wie sich das Funding entwickelt. Bleiben wir negativ im Bereich, bleiben wir länger negativ oder im besten Fall pieken wir sogar in diesem Bereich runter, weil momentan ist es nicht stark negativ, sondern eher verhalten negativ. Es ist dann noch negativ und es entspricht eher einer bullischen These für den kurzfristigen Verlauf. Das heißt, ich könnte mir definitiv vorstellen, dass wir auf 9.300 diesen Gap hier auffüllen, aber ich beobachte die Funding Rate hier stark. Wir hatten hier einen starken Ausschlag, der hier jetzt erstmal zu einer kleinen Reaktion geführt hat, zu einer kleinen Umpositionierung, aber es ist noch nichts Besonderes. Ich möchte gerne sehen, dass die Funding Rate in diesem Bereich, zum Beispiel wie hier, in diesem Funding Bereich nach unten geht und auch eine Weile nach unten bleibt, damit ich sehen kann, ob denn hier Leute akkumulieren und ob es dann Zeit ist, die Shorts zu squeezen. Das war der kurzfristige Plan von mir. Auch hier wieder das Thema, was ich im letzten Video angesprochen habe, der Floor muss reacclaimed werden. Das heißt, bevor wir hier nicht drüber sind, gibt es für langfristige Trader keinen Grund, in den Markt zu gehen. Ich weiß, sehr viele Leute von mir, die zusehen, sind in einer langfristigen Analyse analysiert. Das Einzige, was ihr wirklich wissen müsst, die nächsten Tage ist, ob, oder die nächsten Tage, eher gesagt die nächsten Wochen, ist, ob wir den Bereich 9.400 zurückkehren. Sollten wir ihn zurückkehren, ist es extrem bullish und ich gehe davon aus, dass es ein Fake-Out war und dass wir einen bullischen Trend nach oben fortsetzen. Sollten wir jetzt hier nach oben kommen und von hier stark abverkaufen, dann haben wir ein Problem, weil dann wäre es rein markttechnisch ein bearisches Signal. Das Ganze fasst mir einen Ausblick kurz zusammen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chris.